Jetzt, jetzt, jetzt wird es richtig scheiße. Ich hätte gesagt, ich skippe komplett am Anfang die Palmen. Ich hätte gesagt, ich riskiere jetzt mal alles, Alter. Ich riskiere jetzt alles, egal. Was? Was ist passiert? Wo bin ich? Ein Strand? Was? Noch die Tricks, wir stehen aus Sord nicht mehr lang, alle Level und deren... Nice. Kleine Tricks. Guten alten kleinen Tricks. Da ist eine Hütte. Vielleicht ist dort jemand. Hä? What the fuck is this game, Alter? Ich werde zur Schlucht gehen. Vielleicht kann mir der Fremde sagen, wo ich bin. Und dann geht es vielleicht auch mit dem Any Percent los. Geil. Geil. Geile Sache, Dude. Sieht so aus, als könne mir der Fremde nicht mehr helfen. Was für ein verrückter Plan. Gut. Ich werde versuchen, die Karte zu finden. Ah. 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 Vielleicht kann ich in der Hütte etwas Nützliches finden. Ah. 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 Das Wasser hier sieht frisch aus. Ich wette, ich kann es trinken. Ah. 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 Eine Karte wäre hilfreich. Ah. 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 Ziemlich dunkel hier. Eine Lampe oder Fackel wäre sicher hilfreich. Alter, dieser Bär. Oh, Fick dich. Wehe, ich sterbe jetzt wieder. Ich glaube nicht, dass die Wache den Rüstung noch braucht. Es sieht so aus, als hätten hier früher Menschen gelebt. Diese Lampe wird definitiv nützlich sein. Aha. Scam. Mal sehen, ob ein Weg durch das Gefängnis zu den Eichen führt. Sieht nicht sehr einladend aus. Top-Patron-Rang. Raus hier. What? Puh, das war knapp. Er hätte mich fast erwischt. Hier gibt es noch mehr Eichen. Hier ist es der Liste. Hier ist es der Liste. Hier ist es der Liste. Und dort ist es der Liste. Vielen Dank. Tja, 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 Tja... Das war's für heute. Ja, ja, Pock, aber kein Crazy Dog Pock, weißt du? Ja, 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 ich werde hier nur gescammt wieder, Kappa. Wieder nur gescammt hier. Ja, mhm, 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 achso. Hab's nicht gewusst. Lustig. Sehr lustig. Alter, wie viel Minus wir haben. Okay, theoretisch gehen wir wieder ins Plus. Spätestens werden wir die Palmen abfarmen müssen, weil wir ja keine Palmen abgefarmt haben bis jetzt. Aber wir werden es sehen. Vielleicht machen wir sogar ein bisschen Minus. Da wir ja von der Leiche 50 bekommen. Und das heißt, wir müssen dann theoretisch auch weniger im Endeffekt. Ja. Bevor wir in die Höhle gehen, will ich eigentlich gerne mal Wasser auffüllen im Fluss. Und jetzt haben wir gar keine Probleme, Dude. Einfach hier durch die Pumper. Oh, ich kann nicht speichern, das ist blöd. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Oh, okay. Okay. Verkauf. Okay, sehr gut. Fett Wasser abgefüllt. Die sehen giftig aus. Ich sollte Abstand von ihnen halten. Oh, VB Chess. Hi. Oh, falsche Richtung. Das ist super. Alter, so ein Bullshit. Ich muss es mir vielleicht aufschreiben. Wirklich. Fühlt sich an wie ein Labyrinth. Low Emotes, nice. Ja, Mann. Beeindruckend und bedrohlich zugleich. Sieht aus, als müsste ich hier rüber gehen. Was soll das Nutella Emote darstellen? So, Schwanz positionieren. Und rein. Ähm. No. Geh bitte in die andere Richtung. Okay, das macht er nicht. Der geht tatsächlich immer gezielt eine Richtung. Das kann man tatsächlich nicht fixen. Das Nutella Emote so was wie, ja, keine Ahnung, Genuss von etwas darstellen oder weiß ich nicht. Nutella Digga, alles Digga halt. Keine Ahnung. Na, Labyrinth Fall rauf und Run-Rip. Lecker Kaiserschwarm die Gang. Ja, oder GG's. Oder, ja. Komm, geh mal weg jetzt. Ja. Oh, ich glaube, das ist ein Run-Rip, Leute. Oh, mein Goodness. Alter, geiles RNG. Schön Cornetto, Digga. Geil. Hallo. Spring mal gegen Kaktus. No, 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 no. No, 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 no. Klasse. Löwen. Hi, Kräse, viel Glück. Was ist das für ein Spiel? Sartrex, hi. Ähm. Das ist ein bisschen eine Mischung aus The Forest und Gothic, kann man sagen. Spring mal gegen Kaktus in real life. Ja, klar. Es ist sehr schön hier. Und ich werde hier auch genügend Palmen fassen. Wenn ich, äh, Léon Machère hab, mach ich's gerne. Ist das neu oder wie kommst du drauf? Ja, es ist, äh, es ist, äh, hatte ich eine Wunschliste auch. Und es ist ein potenziell neues Speedrun-Spiel, deswegen. Einzige Gemeinsamkeit mit Gothic-RPG. Ach, Black Goof. Man merkt hier doch schon die Gemeinsamkeiten, also kann man schon sagen. LOL mit Fisch? Okay. Okay. Nee, ich bin nicht, also um ehrlich zu sein, bei Pokémon, also erstens, ich war eh auf Arbeit, deswegen war ich immer nur kurz drin, aber bei Pokémon bin ich so oder so raus, weil es ist nicht so meins. Und ich weiß auch gar nicht, was es, also ich check da manchmal gar nichts, ja. Wow. Alter, wie lang dauert das noch? Baby, was ist schon wieder? Mach, mach einfach, okay. Ach, come on. Ich glaub, das lohnt sich doch wirklich am Anfang die Palmen zu farmen, weil guck mal. Alter. Das ist ja alles so große Ranges und alles. Ach, shit. Ja, komm doch. Alter, was? Wie viel brauch ich denn noch? Das kann doch nicht sein. Jetzt, wow. Na gut, ich hab ja gesagt, ich komm in die Pluszeit, ne? Na gut, eigentlich ist es doch schneller. Ich weiß es nicht. Ich kann das echt nicht sagen. Lol. Es sieht so aus, als ob ich die einzige lebende Person hier bin. Was? Gut. Okay. Was ist es so gut? Was? Was? Ich muss nichts eurosverschmen. Christ. Ich muss wissen, was ist es nicht so gut? Der Gegner ist Trash. Keine 15. Tastis tot. Geil. Am Strand war es angenehmer. Sieht sehr gefährlich aus, aber ich habe keine Ahnung. Oh, okay, das war krass. Das war krass. Das war wirklich krass. So rutschig. Aua. Na, das war scheiße. Aua. Guck, seit wir Wasser haben, habe ich immer Full Life. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Wirklich. Bitte einmal hier drauf gehen. Heiß. Oh, jetzt kommt der fucking Troll. Der muss uns boosten. Das wäre nice. Na, komm. Schön. Nice. Nice. Alter, wie clean das war. Nein, ich feiere das nicht, äh, Satrix. Und ich habe es auch nie gespielt. Ich habe die Serie vielleicht in Bruchteilen geschaut früher. Aber ich feiere einfach Pokémon gar nicht. Keine Ahnung. Es reizt mich gar nicht. So. Persönlich. Ja. Jetzt ab zu Schlucht. Also ich glaube, Sub 30 ist möglich. Aktuell kann das sein. Das ist tatsächlich möglich. Ich habe das schon mal versucht, ich reizt und kann die Kreatur nicht über den Wink. Für das Eisen muss ich das auch. Nice. Aber wie komme ich an dem Zauber vorbei? Skelette. Skelette. Oh, jetzt kommt der Skelett-RNG. Oh, Level-Up. Nice. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Okay. Fast runtergefallen. Nice. 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 Zum Glück sind dort nicht noch mehr Skelette. Kappa. Shit. 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 Ah. Ah. B Oh, wir nehmen noch ein bisschen mit, hatte ich gesagt, ne So, boah Ey, wir haben so viel Zeit gespart Leute, ich glaube, Sub 30 ist möglich sogar, wirklich Sub 30 ist möglich Aber ich glaube, in den Run jetzt nicht Ich glaube, wir schaffen irgendwas 31 oder so Oh, Potros, hello Die könnten mich eigentlich auch noch mal ein bisschen boosten, ne Theoretisch Was ist das für ein Game Das ist eine Mischung aus Gothic und The Forest so ein bisschen Und das Spiel hat einer, also ein einzigster erstellt Das ist das beeindruckende Okay, mein Schwert können wir nicht wieder mal upgraden Aber meine Rüstung Let's do zum Gegner, Leute Warte, meine Spruchrollen Steam, genau Bei Steam, ja Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier nicht mehr alleine bin Boah, wir haben ganz, ganz wenig Tränke, ne Ganz, ganz wenig Tränke Müssen wir völlig aufpassen, ey, wirklich Das könnte schneller vorbei sein, als man denkt, ne Oh Riecht es hier nach Hund Oh, oh Riecht es hier nach Hund Oh, wir haben ein Level ab. Ich Idiot. Alter, wir sind fast tot. Scheiße. Wir müssen aufpassen, ey. Wirklich. Aua. 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 Aua.